Musik Musik Das ist eine gute Frage Ähm Musik Musik Ich Definitiv Musik Oder beide Keiner nicht Das immer gleich Und in welcher Sprache sprecht ihr zusammen? Deutsch Für ihn ist es gut, er kann Deutsch lernen Für mich ist es sowieso Er kann seine Axel trainieren Ja, Schweizerdeutsch Und wie gut ist dein Französisch? Nicht so gut Also ich probiere es, aber es läuft ganz kurz Ich kenne die Nelly Er ist gut Er ist gut Ich kenne mich, wir haben viel zu sagen Johann, definitiv Er ist gut, oder Stefan? Oder Stefan? Boßel auch Adrian hat auch sehr gut Ja, Boßel Ja, Boßel Ich 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 habe immer wieder auf die Däne, ich bin immer wieder auf der Sitz. Es war ein tolles, man konnte sich gut kennenlernen und man konnte viel lernen von 7Win, von Marco und anderen Stylen. Es war eine tolle Erfahrung, hier zu sein und einfach mal so ein bisschen alles miterleben. Ich habe ein Punkt für Amir Lamen, ich hoffe, er wird sehen, denn er ist sehr gut, ich habe einen Punkt. Ich glaube, er wollte den Tennis stoppen. Wir haben ein guter Team gemacht, zusammen in double. Ja, ja, das ist ein Punkt für uns. Ja, das ist ein Punkt für uns. Ich glaube, dass wir alle zwei wollen, dass wir wieder zurückkommen können. Und wir wollen mehr arbeiten, damit wir die Chance wieder zurückkommen können. Vielleicht können wir noch mal auf dem Platz spielen für den Wochenende spielen. Aber wir wissen, dass es sehr schwierig wird und es noch immer noch viel zu arbeiten wird. Aber es gibt viel Motivation, das ist sicher. Es ist sicher etwas Spezielles, wenn man im Team zusammen spielt, wenn man zusammen die Atmosphäre geniessen kann. Und du bist irgendwie stolz darauf, dass du dieses Land vertreten oder dieses Land spielen kannst. Und ich glaube, jeder findet das mega toll. Und es ist wirklich eine super Erfahrung, wenn du das machen kannst. Oder, Ivan? Ja, ich glaube, er hat es gut gesagt. Ja, das ist ja gut. Wir spielen nicht nur für uns selbst. Wir spielen für uns. Wir spielen auch für uns. Wir sind in einer squad. Wir haben keine Überschrift dafür. Das ist das Kind. Danke, Peter, Peter, für uns zu vor, zu 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 von der Schwanz! Ops, ich habe mich schon zu 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 zu, zu 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 zu. Das war's.